du wenn man nur noch mal kurz eben ich habe das vergessen im dashboard noch zu ändern schnell der sport der sport der sport mir selbst eingetragen ist und da der sport das vergesse ist das drinnen was du you like horny bunnies what the fuck do you like horny bunnies manche die my lullaby nicht drin der macht das einfach xp ich fühlte ich ja ich treu die beste leute 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 so beginnt ziehen okay ich würde sagen wir machen einfach mal beginnen um mcdonald's so na dann jetzt nicht mehr wer alles drin ist im chat aber egal guck mal bei mir das flugzeug aber ich kann durchgespielt und fand ich gut eigentlich jetzt mit 70 prozent bewertet das sind wie die spiele jetzt hier sind von von briefs und auch die text haben und das ist eines von seinen ersten spielen ist glaube ich oh guck mal da ist da ist das john gewesen also wie johnny aus to the moon wissen wie das spiel wird wahrscheinlich auch nie erzählen werden so man kann sagen die füge dass die fügel der kann lecken so aus als würden die fügel lecken man mich hat das schwer wenigstens 6 okay hurry up dead us dead us waiting yes dead us englisch war auch mal besser just make sure you get back early it's you yeah i know des actors okay hold on bring this to him for me und das ist nochmal diesmal text sowas ичst quar oldu ich w w w w w Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind aber nicht eingelegte Oliven, oder? Das Spiel erinnert mich auch sehr an die aus Todo Moon. So, also, nee, das ist Junge. So, Kenuma, please... Of course, next year, for sure. Okay. Okay. So, wir notieren, dass die keine Augen haben, sehr viele. Und das Absicht ist... Ja, natürlich, das Absicht aber... Irgendwas, was... Ich kann nicht wissen, was da steht. Nach Weihnachten. Okay. So, wer sagt das? Rudi? You would? So ist der Junge. Just the way you used to make it? Yes, of course. Yes, of course. Just the way you used to make it. Um geht's gerade? Wo reden die? Oh, das ist der Junge. Oh, das ist der Junge. Ich fand's nen Typ, der wie Junge aussieht. Morgen. Up to some christmas shopping? Oh, oui. What a danger, eh? Well, hope he has a good one. What is it? Do you want some of mine? Yes. Yes. God, you can have anything you want around here. Hey, Raphir. I want some of that too. 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 Yeah. Oh, no. We all know, what day today is. Ich glaube, dass die Schüler noch nicht mehr setzt worden sind. Aber naja. Oh, I see. Well, best wishes to him from me. But I'm sorry. There's nothing I can do. Oh, die nicht gut kaufen, oder wie? Oh, die nicht gut kaufen, oder wie? Und nicht, dass das absichtlich ist. Ich bin mal auf, muss morgen früh zu zahlen hast. Vielen Dank für den Stream wünschen und viel Spaß und eine gute Nacht. Hjem... Die guten Nacht. Bis zum nächsten Mal dann. Entschuldigung, ich glaube ich schlafe dann nachher gut. Wer sagt das jetzt, keine Ahnung, but today wasn't fun at all. Oh scheiße, ich weiß nicht. So, kann Yuma, please? Of course. Dexier, for sure. You would. Just the way you used to make it. Just the way I used to make it. Ich weiß nicht so, dass sie sich keine Zutaten lassen können oder so. Keine Ahnung. Dinners on the table. Dinners on the table, go ahead. How come there's only one? Where's yours? Oh, I already ate. Oh, I already ate. das ist eine sparadose nicht versteht das auch wenn auch wieder weg am abend nacht lernt es sich am besten viel spaß wir sehen